Was sind die häufigsten Ursachen für ein Muskelzucken? Ein Muskelzucken ist eine kleine, unwillkürliche Kontraktion und Entspannung einer Muskelgruppe oder eines einzelnen motorischen Nervs. Diese Zuckungen treten sehr häufig auf und bleiben normalerweise unbemerkt, aber manchmal können sie übermäßig oder unangenehm werden und erfordern möglicherweise Aufmerksamkeit. Die Ursachen für Muskelzuckungen können unterschiedlich sein und von einer Überdosis Koffein bis hin zu Nervenschäden reichen. In vielen Fällen sind Zuckungen gutartig und verschwinden von selbst oder können leicht behandelt werden, obwohl in anderen Fällen möglicherweise ein medizinischer Eingriff erforderlich ist. Bewegung und Stress sind zwei der häufigsten Ursachen für Muskelzuckungen. Krämpfe können in jedem Muskel des Körpers während eines Trainings auftreten, sie sind jedoch hauptsächlich in den Händen und Armen sowie den Beinen und Füssen zu spüren. Zuckungen treten normalerweise auf, weil bestimmte Chemikalien nach einem anstrengenden Training in den Körper freigesetzt werden, was die Erregbarkeit des Muskelgewebes verändern kann. Angst und Stress können auch Zuckungen auslösen, die sowohl den Körper als auch das Gesicht betreffen können. Stressbedingte Zuckungen werden oft als Folge eines internen Kampfes oder einer Fluchtreaktion angesehen, können aber auch auf die Quelle von Stress zurückzuführen sein, wie Dehydration oder extreme Schmerzen. Manchmal sind die Ursachen eines Muskelzuckens gutartig und hängen nicht mit einer körperlichen Erkrankung zusammen. Überdosierungen bestimmter Chemikalien können zu unwillkürlichen Muskelkrämpfen führen. Dies gilt insbesondere für kaufeinhaltige Getränke. Darüber hinaus können bestimmte Medikamente wie Östrogentherapien, Diuretika und Corticosteroide Muskelzuckungen als Nebenwirkung haben. Obwohl die meisten Dinge, die ein Zucken verursachen, harmlos sind, können andere schwerwiegender sein. Sollten unwillkürliche Krämpfe durch eine Grunderkrankung verursacht werden, handelt es sich häufig um eines von vielen Symptomen. Zum Beispiel kann die Lu-Gerich-Krankheit Krämpfe mit Muskelschwäche und Krämpfen sowie Verwaschenes sprechen und Atemnot verursachen. Ein Ami kann zusätzlich zu Muskelzuckungen Kopfschmerzen, Schwindel oder Müdigkeit verursachen. Zuckungen können auch ein Hinweis auf beschädigte oder eingeklemmte Nerven sein. Es gibt mehr als 100 verschiedene Arten von Nervenschäden, die vielfältige Ursachen haben. Einige Schäden können durch Autoimmunkrankheiten oder Krebs verursacht werden, andere können durch Motoneuron-Erkrankungen oder Traumata hervorgerufen werden. Obwohl diese Zustände eine Vielzahl zusätzlicher Symptome hervorrufen, können motorische Nervenschäden manchmal auch Lähmungen sowie Schwäche und Muskelschwund verursachen.